Ja, Mr. White! Ich glaube, ich habe eine Idee. So, ich hätte mal jemand angefangen, was zu bauen. Null. War das? Keine Ahnung, da geht so zwei so rein, so zwei Türen nebeneinander. Dann ist da so ein kleiner Raum und zwei Treppenstufen nach unten. Null. Und dann? Nichts. Wahrscheinlich wollte Leon wieder sein in seiner berühmten Geheimverstecke bauen. Geheimversteck, genau gegenüber meinem Haus. Ja. Warte, Dias, was machst denn du da? Oh, jetzt war das mit den Türen hier. Warst du, dass der gerade so in seine Tasten gehauen hat, oder? Nichts. Gott, ich glaube nicht. Ich glaube nicht, Elias. Ich mach mal mein Mikrofon ein bisschen leiser nach. Aber jetzt wird's Nacht, gell? Jetzt will ich ja noch leiden. Ja, es wird Nacht. Nein! Wir gehen mal schlafen, oder? Nein, ja, nein. Ich bin grad nicht in der Nähe. Und was ist, wie steht der Timer, Kilian? Auf 1,51. Alter, ich muss so weit nach Hause laufen. Echt geil, da kann ich dir gut sein Zeug bauen. Nein, jetzt. Ich bin grad voll im Bug. Ah, doch, kann der Chunklauter bauen. Wir müssen ja mit Chunklauter machen, die gibt's nicht mal so Mining Turtles. Ja, dann wächst alles so, wenn man... ...um es fällt und so. Es wird schon gleich viel... ... härter und epischer aus. Weißt du, ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich wirklich was geschafft habe in der Aufnahme. Ja, Elias. Ich sag's ja. Fuck you, Cooper. Yeah. Fuck you, Skeletch. So. Okay, und was bringt's eigentlich am meisten an Diamant, Tristan? Der Hahn ist immer noch. Ja, aber pro Diamant? Das können wir ja erstmal bei Schuhe oder bei Helm. Ja, ich glaube, das ist relativ ausgewogen beim... Man braucht halt für den Hahn nicht am meisten. Ja, ich glaube, dass ein Hahn sogar am wenigsten ist. Ich weiß es nicht. Pro Diamant gesehen. Ja, kann sein. Nein, Schuhe sind doch am wenigsten. Nein, Schöne, weil... Wer was am meisten bringt? Du kriegst bei Schuhe. Bei Schuhe und bei... Helm kriegst du eineinhalb, glaube ich. Oder? Ich bin mir nicht ganz sicher. Weiß auch nicht. Und Schuhe brauchen nur vier Diamanten. Also, es ist schon unterschiedlich. Ja, 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 so ist das. Gut, dann habe ich jetzt hier schon mal die erste Grundmauer. Aber die ist noch nicht ganz fertig. Da müssen noch irgendwas... So was verziert werden ein bisschen. So, und so vielleicht. Slaps bräuchte ich noch. Das gefackeln muss auch noch mal ein bisschen. Also, Lies, ich baue es einfach noch so weit... ...weiter bis... ...wir hier die Zeit fertig haben. Oh, da lebe. So was zu fackeln ist erstmal so provisorisch... ...das ist ja nicht eine Endlösung. Was? Brauchst du Essen? Nee. Okay. So provisorisch. Yay! Ich weiß noch nicht, ob das ein bisschen vielleicht too much ist. Ist das too much? Mit diesen Holzblöcken, die da rausstehen? Ich weiß es nicht. Hat jemand Clay für mich? Nee. Dann hast du Clay oder so? Ich weiß nicht, was es ist. Weiß nicht, was Clay ist? Nee. Ich hab jetzt gerade noch mal was. Das ist auch nicht so, oder? Obwohl... Fuck, ihr Spinne! Das sieht ja nicht besser aus... ...passt. Nee, es sieht besser aus, wenn ich dann Blumenzeug und so mache. Denk ich. Ich habe eine sehr gute Idee. Ach ja. Das mache ich jetzt gerade noch. Ja, jetzt ist meine Schaufel kaputt. Na super. Na super. Na super. Da mache ich mir jetzt halt einen Stein-Schaufel, ne? Wie wäre es, wenn wir Crabble-Wege zueinander machen würden? Ja, das ist mit den Botelilias. Für den Häusern, oder? Nee. Ja. Ich hätte nur 39 Crabble. Ja. Ja. Guck ich gerade noch mal was aus kurz. Ja, ich bin jetzt in Sekten, ne? Dann haben wir hier so. Mann. Kloppt der Scheiße. Dann haben wir so noch. So, haben wir jetzt mal ein bisschen mehr als ein Stack davon. Und dann packen wir hier mal so hin. Boah, die blickt es nicht. Ja! Mann, ey. Was ist denn? Die blickt einfach nicht. Wenn ich sage 15 Minuten, dann sind es 15 Minuten und nicht 10. So... Das passt damit jetzt halt wieder nicht. Wann gisterben? Sky... Ja, sterben! G-staily... Stirmen, sterben undbitieran resultados. Was ist denn? Ist das vielleicht? Mal schauen, mal schauen. Das könnte etwas werden. Boah, diese Stein stdorfen ist echt langsam. so klar ist das ganze ein bisschen höher hier Ähm, da machen, da machen... Jano, gib mir mal den ganzen Gravel. Was ist Gravel? Keys. Keys, Jano, Keys. Ja, das sieht doch schon mal recht, dann, recht nice aus, finde ich. Wobei ich es dann natürlich auf die falsche Hölle gewohnt habe. Müssen wir alles noch mal eins weiter runter setzen. Scheiße. Oder wir machen die ganze... Ja, das müssen wir doch mal gucken in der nächsten Aufnahme. Vielleicht gibt es da ja mal ein paar coole Sachen. Ähm... Das war blöd, ne? Wir können einfach mal nicht die Zuschauer fragen, was sie davon halten und so, weil... Wenn die das Video sehen, dann haben wir schon längst wieder die nächste Aufnahme gemacht. Was denn? Was denn? Das, was ich hier gebaut habe? Ich wollte das mal anschauen. Warte, ich hab's noch nicht erwischt. Wie sieht's cool aus? Ey, jetzt, wir wollten bei dir nochmal noch vorbeischauen, ne? Nochmal noch eine Loppe. Holy shit. Ich hab's... Knapp gewesen, gell? Der ist da unten, Giano. Der ist hinter dir, hinter dir! Oh mein Gott, Giano. Holy shit. Ich hab' ich gecheckt. Warte, wo ist das jetzt? Das ist in die Richtung da. Lea, ich guck jetzt noch mal kurz vor bei dir vorbei und dann geh' ich zurück nach Hause. Warte, dann, warte, dann schau' ich drüber hin. Kannst du bitte ein bisschen Gravel mitnehmen, weil es fehlt nicht viel. Was? Was soll ich mitnehmen? Ein bisschen Gravel. Ich hab' keinen Gravel. Warte, ich bin bei meinem Haus. Ich bin bei meinem Haus. Zwei Stück. Zwei Stück Gravel fehlen. Ich hab' jetzt das ganze Territorium, ähm, gedingst, geleuchtet. Von uns hier. Lass dir nicht spawnen oder sowas. Ich hab' mir ein bisschen Gravel aus deinem Haus genommen. Meinem? Ja. Was ist Gravel? Das ist der Kies. Ach so, Kies. Okay. Ich komm' mit, mit der. Hi, Dias. Ja, es sieht jetzt noch nicht so natürlich aus, aber es sieht schon besser aus als vorher. Auf jeden Fall. Hast du zu meinem Haus auch gemacht? Gut. Aua. Alter, so ein Sniper. Alter. Hier ist überhaupt kein Licht, Elias. Du musst mal hier Licht machen. So. Okay. Gut. Warte. Wir sind jetzt, äh, fast, 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 fast Elias. Ich würd gern auch nicht, nicht so. Ich würd gern diesmal, wegen Malt und so, muss ich ja noch ziemlich viel vorrendern. Wollen wir haben so noch Dead Space? Dead Space mache ich da morgen wahrscheinlich oder übermorgen? Das sieht's schön aus, Elias. Schön beleuchtet. Ja, ja. Und wir haben noch einen geilen Weg zu, ja. Ja. Und jetzt warte ich mach hier noch ein Licht hin, weil hier ist man 5, jetzt sieht's besser aus. Ja, muss man das mal mehr geschafft, würd ich sagen. So. Da hat sich doch, da hat sich, also ich denke, dass sich in dieser Aufnahme, das war die Aufnahme, in der sich am meisten hier in der Welt verändert hat. Ja, finde ich auch. Und das ist alles viel besser als hier. Okay. Weil niemand hat mich genervt. Oh, doch. Ein kurzen bisschen, kurz, aber nicht so lang wie sonst. Okay. Ich hoffe, das bleibt so. Ja. Ähm, vielleicht schreiben die Zuschauer einfach mal in die Kommentare, wie sie es besser finden, ob sie es besser finden, wenn wir so eher mehr bauen und nur so ein bisschen trollen oder wenn wir so richtig hart die ganze Zeit nerven und alles und dann irgendwer keine Lust hat und sowas. Das stimmt, da würde ich. Okay. Gut. Dann benne ich einfach wie fast immer hier in meinem Haus die Aufnahme. Aber diesmal mit dem Blick auf das, was demnächst entstehen wird. Okay. Gut. Ja, dann würde ich sagen... Sehr schön sieht das aus. Das war's das für heute mit Together Craft Season 2. Der Leon war jetzt aber leider nicht mehr dabei, aber gut, kann man nicht ändern. Wir machen Tennis-Turnier. Turnier. Ähm, gut. Ja, dann würde ich sagen... Vielleicht ein Ende mit meinem Haus. Bis zur nächsten Aufnahme, oder? Tschüss. Nächste Folge, nächste Folge. Tschüss, tschüss. Und vergesst nicht, das Video zu liken. Ja, ganz wichtig. Nee, ist nicht wichtig. Abonnieren, favorisieren, teilt auf Facebook mit deinen ganzen Freunden, Twitter, alles. Folgt uns auf Twitter. Ja, folgt uns auf Twitter. Folgt uns bei Facebook. Ich sag den Entspruch. Auch auf meiner eigenen Seite hier, Kiliko98. Ich sag den Entspruch. Ja. Auf Wiedersehen mit Öl.